Diesmal hab ich gar nicht geguckt, ob das überhaupt funktioniert, aber ist doch egal. Wer hätte das gedacht? Ist also wirklich hier aufgetaucht? Höchst interessant. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Welchen Spross das wohl ergeben würde? Ach, ich schussel. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Kommt. Nein. Das war's für heute. 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 Oh, ihr kennt sie also. Sehr interessant. Ah, verstehe. Das heißt dann also, natürlich. Was brabbelst du da? Nichts. Ich hab mir nur vorgestellt, was für ein Gesicht sie wohl machen würde, wenn ihr sterben würdet. Gnade... Gnade... Das war's für heute. 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 Oh, er hat sogar noch eine Hand. Jetzt hab ich dich gesehen. Super. Das war's für heute. 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 Okay, da war keine Wirksamkeit. das Ich zähle auf dich! Heilungvertrag! Feuer frei! 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 Mach! Mach! Ja bezены Sav'r! Ow! Ow! Ich kann ihn so nicht angreifen, ist das Problem. Okay, zweite Phase. Okay, Mads, das ist uncool. Ja, was macht der denn mit keinem Damage hier? Okay, das ist ein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Eris! Das war's für heute. Ich bin so vorsichtig, dass ich erst mal mein Handy lade und erst mal auf Pause drücke, damit er mir nicht auf den Desktop springt, was er jetzt gerade getan hat. Das war's für heute. 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 Eris, alles okay? Ja, danke. Bin ich froh. Verschwinden wir. Können wir uns mal heilen? Bestimmt gleich noch so eine Bank oder sowas, dass man sich heilen kann. Da kann ich nur mal runter vorher. Kann ich nicht, ne? Das ist wies. Warte! Er tut uns nichts. Das ist doch so gut. Was ist das für ein Viech? Interessante Frage. Oh, echt nicht. Ihr wollt wissen, was ich bin? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. 13. Red 13. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Und wie lautet dann dein richtiger Name? Er ist entkommen? So ein Mist. Was noch? Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017